Ja, liebe Zocker-Lounger, herzlich willkommen zurück bei der zweiten Mission der Nicht-Afrikaner, der Ägypter. Mein Gott, ich kann es mir einfach nicht merken. Und auch ganz bestimmt nicht der Maya. Ja, Afrikaner wäre sogar fast richtig, ne? Boah, wobei, das darfst du auch keinem Ägypter sagen. So, auf jeden Fall, die in der ersten Folge haben uns so ein bisschen versucht auszubreiten. Wir haben echt übel keinen fucking Platz. Das ist so scheiße. Jetzt bauen wir einfach mal einen Pornhof irgendwie. Vielleicht gibt es ja dann wenigstens ein bisschen Nahrung. So, Bäcker... Ach, komm. Bäcker, Mühle. Noch ein Bäcker. So, wo kann man ein Wasserwerk hinbauen? Das ist jetzt auch wieder ein Problem. Hier wäre Wasser. Hier wäre... Ach. Ich kriege echt das Kotzen. Shit, ey. Komm, guck, dass ihr da die Bäume wegkriegt. Und du helft, gefälligst. Habe ich nicht hier noch irgendwo einen Holzfäller gesetzt? Ja, klar. Hier steht doch auch noch einer. Helft, verdammt nochmal. Okay, ganz viel Eisen. Prima. Da kommt nur nie Nahrung hin. Und ich habe das Zeug... Ja, komm. Kannst aufhören da oben. Ich brauche das nicht. Die sind zwar ultra safe da oben, aber bis da die Nahrung immer ankommt. So. Hier steht alles. Weil Fisch... Das haben wir jetzt aber ja geändert. Wir produzieren ja immerhin... Da haben wir schon immerhin schon vier Fischer. Das ist ja schon mal was. So, den Fisch mussten wir auch mal einer holen. Naja, das Hiedler haben wir eigentlich auch noch genug. Okay, du darfst zurück. Hier ist auch Gegner. Du bist fertig. Du darfst auch zurück. Also in die Richtung geht jetzt nicht mehr so viel. Dafür können wir uns hier oben noch ein bisschen ausbreiten. Was sich auch alle Sinn macht. Was irgendwie Platz kriegt, hier müssen wir eigentlich hin. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Pyramide-Fings. Das sind dann die Mana-Gebäude, ne? Ahem. Na, hallo. Leck, Leck. Ja? Ist doch gar kein Leck. Wieso? Kann ich nichts mehr markieren? Jetzt kommt ein Leck. Okay, jetzt geht's wieder. Was weiß ich. Der Berg ist eigentlich auch prima. Äxte haben wir ja keine mehr, gell? Spitzhacken. Spitzhacken hätten wir noch. Habe ich hier nicht irgendwo eine Kohle-Aline? Komm mal her. Es ist aber eher das Eisen. Es ist eher das Eisen. Aber das müsste hier auch irgendwo stehen. Komm, wir bauen die Eisen-Mine. Bleibt mal die hier stehen. Angriffsstärke 50%. Da halten wir mit. Und hier Pioniere macht ja eigentlich einen ganz guten Job. So. Mittlerweile ein Wasserwerk freigelegt. Tja, das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Du machst jetzt hier den Rest weg. Du machst dann hier den Rest weg. Und du guckst mal, dass du hier. So. Teilt euch das mal ein bisschen auf. Ihr habt Spaß mittlerweile, ne? Geht da oben noch ein Sägewerk hin? Nee, da geht einfach gar nichts hin. Zuck. Aussichtsturm. Geht da was hin? Der könnte mal Sinn machen. Hatte ich nicht hier. Nö, hatte ich nicht. Nö. Hey, der Bauernhof ist fertig. Hoffentlich kann er wirklich auf Wüste und so. Aber ich meine, das war das Feature. Ihr seid zu sechst. Ihr seid zu neunt. Okay. Das Feature schlechthin. Ach, ist das hier auch Insel? So. Alles erforscht. Prima. Okay. Könnt's eigentlich lassen, ne? 13, 13. Oh, du kannst ne Spitzhacke bauen. Prima. Dann mach auch hier die Kohle Mine. Gehen noch irgendwo Fischerhütten hin? Scheint ja so zu bleiben, dass das einzige Relevante ist, was ich bauen kann. Aber dafür habe ich keinen Platz? Hier, aber so nah nebeneinander weiß ich nicht. Ach, weißt du was? Mach einfach. Angel, komm. Wenn mal wieder Eisen kommen sollte. Habt ihr schon ein paar Ritter produziert? Ja, drei. Immerhin. Und hier verschwinden langsam ein paar Bäume. Gott sei Dank. Und du bist jetzt eigentlich auch arbeitslos. Du hilfst jetzt hier noch ein bisschen mit. Und dann wirst du umgesetzt. Oh, dass hier nicht irgendwie Waffen rumliegen oder sowas. Nix. Nix, nix, nix. Goldlager könnten wir hier reinsetzen. Ja, aber eigentlich möchte ich da noch mehr Produktionsgebäude reinsetzen. Hi. Und du so bist noch nicht besetzt. Die Sensor hat auch noch keiner geholt. Und hier? Ach, Leute. Echt. Hier wären Diamanten. Ihr sollt mal lieber gucken, dass ich hier die... Weißt du was? Euch... Äh, wie seid ihr nur noch zu fünft? Ihr seid zu sechst. Euch ziehen wir mal ab. Und ihr macht bitte mal da oben weg. Schön sauber. Und hier planen wir schon mal zwei Kohle-Eisenminen. Und eine Kohle-Kohle-Mine. Ach, eigentlich bauen wir sie auch gleich. Und du checkst hier nochmal ab. Und du baust dann nochmal eins, zwei, drei Spitzhacken. Okay. Falls, vielleicht, oder so, irgendwann mal... Und dann macht er mir hier noch ein Lager. Und hier oben? Okay, wird fertig. Wird auch fertig. Und hier? Das könnte jetzt auch mal langsam fertig werden. Ach, komm, Leute. Ein Stein wird ja reichen. Nicht gleich vier bringen. Treib doch nicht. Der macht nicht weiter, weil keiner Steine abholt. Oh, lustig. Holz und Stein ist eh nicht so das Problem, ne? Ich brauche Träger. So. Und ich brauche auch hier einen neuen Holzfäller. Ach Gott, den ich aus Platzgründen aber auch nirgendwo hinbauen kann. Und dann, da oben gehst du rein. Können wir dich jetzt abreißen? Boom. Boom, boom, boom. Fischerhütte? Na? Da, da sollte aber ein Wasserwerk hingehen. Bestimmt größer, ne? Oh, das geht aber hier hin. Na, endlich. Mein Erfolgserlebnis. So, Bauernhof. Jetzt zeig mal, was du kannst. Insofern kann ich dich ja noch hier hinsetzen. Okay, bis jetzt zeigt er gar nichts. Und? Bist du fertig? Nein, aber gleich. Okay. Sehr, 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 sehr gut. Okay, haben wir eingenommen. Weiter, 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 weiter. Boom. Du kannst zur Armee zurück. Und was fehlt jetzt? Alles. Einfach alles. Vor allem Träger. Wobei, Träger ehrlich. Boah, ich will dich platt machen. Ohne Witz. Regt mich das auf. 45 Minuten gespielt, nichts erreicht. So nöb ich mir das. Mist, ey. Guck mal, dass du die Angeln jetzt baust. Machst du eh eine Spitzhacke. Ja. Danke. Tipp, liebe Meldung. Okay. 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 Wenigstens geben wir die Steine nicht aus. Die könnten wir eigentlich auch mal irgendwo lagern. Oben. Warum nicht? Hier wäre auch eher Platz und so. Wäre, ja? Wäre Platz. Hier könnte ich eine Schweinefarm hinbauen. Was bringt mir das? Nichts. Lager ist fertig. Minen sind fertig. Oh, du baust. Da geht wieder ein bisschen was. Warum kann ich eigentlich hier unten keinen Fischer bauen? Ah, schön. Sehr schön. Nächste Angel. Ja, und jetzt fehlt auch eine Spitzhacke. Okay. Militär. Da tut sich leider auch nicht so viel. Ach, eigentlich tut sich bei mir gar nirgendwo was. Und hier wäre ganz viel Kohle. Oh. Würde da wirklich ein mittleres. Äh. Hallo? Nein, zu früh gefreut. Okay. Du-di-dum. Oh. Oh. Das geht aber gar nicht. Angriff. KI. Das geht ja mal gar nicht. Was habe ich verloren? Da wollte ich einen Holzfäller bauen. Sonst nix eigentlich. Trotzdem. Und hier dürft ihr... Wie geht das eigentlich? Holz. Stein. Alles einlagern. Ah. 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 Keine Ahnung. Mach einfach. Könnt ihr bitte mal da hochkommen? Danke. Es gibt offensichtlich jetzt auch ein paar Ritter. Ah. Na immerhin. Und du guckst da mal, dass du jetzt mal hier freiräumst. Und du guckst mal, dass du jetzt im Prinzip so weitermachst. Und ihr guckt mal, dass ihr jetzt mal hier reinrennt. Und ein bisschen für Stress sorgt. Das müsste doch hier mitten im Wald stehen. Boom. Und seine Ritter nicht da, da ist er ihnen gleich recht. Und vor allem, wenn er mich nicht angreift. So, gehört mir, ne? Geht mal da weg. Und jetzt wieder hin. Kämpft. Ich sehe euch nicht, aber kämpft. Wenn wir jetzt schon mal da sind, ihr kennt das Spielchen. Dann haben wir gleich mal seine Bergwerke weg. So, du bist wieder verbunden. Dann dürft ihr jetzt hier wieder einen Holzfäller bauen. Er hat angefangen, ja? Ich will hier nichts hören. Du Asiate. Ihr seid hier auch durch. Dann macht ihr wieder hier drüben weiter. Vor ihr sterbt. So, und jetzt haben wir ihm auch ein bisschen Sachen geklaut. Warum nicht? Aber irgendwie lief das wieder zu gut. Was kommt noch Ritter nach? Nicht so viel. Aber es kommt was nach. Guckt mal, dass ihr vielleicht den hier auch noch einnehmt. Was macht der hier? Aufpassen. Bleibt ihr vielleicht doch mal lieber hier, dass ihr noch schnell da hochrennen könnt. Der muss stehen. So, was hast du da drin? Okay, das hat ja wieder wehgetan. Da hat er jetzt aber einen Turm. Also jetzt gehen wir mal wieder auf unsere Seite. Weil wir einfach nicht genug Militär haben. Aber lustig, wie wir ihm schon wehtun können. Da lustig. Können wir abreißen. So. Dann schicken wir euch doch mal da oben dazu. Okay. Den verliere ich jetzt vielleicht wieder. Ist aber auch nicht wild. Oder ich reiße ihn ab. Ach komm, wir reißen ihn ab. So. Mir fehlt eine Angel. Ist die in Bau? Nein, offensichtlich nicht. Wo wird gekämpft? Wo wird gekämpft? Nirgends. Lieber Bauernhof, das war wohl nix, hä? Du brauchst Grünfläche. Da ist das nur in Siedler 2 so mit dem Getre... Ach, oder ist das da überhaupt so? Keine Ahnung. Upsala, das Lager ist mega voll. Upsala, das Lager ist auch mega voll. Wohnhaustechnisch. Ach ja. Wo können wir noch eine Getreidefarm bauen? Hier und hier. Mach mal. Und ihr haltet das Ding, bitte. Dann tut sich nahrungstechnisch natürlich nicht so viel. Sag mal. Ach so, ich hau seine Geologen zusammen. Ja, toll. Super Leistung. Immer auf die Kleinen, die es nicht wehren können. Und ich glaube, wir gehen hier noch in Folge 3. Das ist ja Wahnsinn. Und was soll das hier eigentlich? Allgemein, was soll das? Was brauche ich hier? Brauche ich das Land? Ich brauche Holzfüller. Hier brauchen wir noch einen. Und eigentlich auch hier und noch einen Steinmetz hier und so weiter. Also mach noch eine Spitzhacke und zwei Äxte. Und eigentlich brauchen wir auch im Minimum noch zwei Hämmer und zwei Schaufeln. Was sagt meine Angriffsstärke? 52 Prozent. Okay. Kannst du noch weiter produzieren? Eher nicht, ne? Die Lager sind voll. Dann machen wir hier noch eins hin. So, der Geiz. Achso, und du musst auch noch zwei Spitzhacken machen. Ja, ja. Was ist denn da jetzt drin? Nur Holz und Steine. Ach, okay. So. Komm. Hier liegt Eisen und das braucht keiner. Es fehlt Kohle. Dann brauchen wir noch zwei Kohle-Minen. Tun nämlich auch ohne Nahrung noch ein bisschen ausspucken. und dann halt noch mal zwei Spitzhacken. So, und du hast jetzt gut was zu tun, ja? Du hast eine Angel da liegen. Wo habe ich denn noch ein... Hä? Eine Angel? Das heißt ja, wir könnten... ...irgendwo vielleicht hier. Und noch Angeln. Prima. Und Ritter-Technisch. Meine Fresse, echt. Brauerei. Was brauchst du denn? Ich würde dich gern mal bauen. Einfach nur so, just for fun. Ach komm, wir bauen die mal. Ich will das sehen. Wir bauen ja da oben gleich noch mehr Getreide ab. Wird schon passen. Ihr habt eh genug Wasser. Na, lustigerweise nicht. Wie, verbraucht ihr Wasser für nix? Oder ist das Wasserwerk so langsam? Aber wir können ja noch eins bauen. Mittlerweile. Danke, Herr Holzfäller. Aber ihr lauft jetzt auch alle voll, ne? Das kommt jetzt auch noch dazu. So, Wüste. Dann kann ich ja da kein Getreide hinbauen. Das ist... Ja, weiß auch nicht. Da steht noch ein Bogenschütze. Hoch mit euch. Oh je, du hast noch viel zu tun. Okay. 15, 15. Das ist schon mal gut. Das heißt, die sind gebaut. Naja. Also, liebe Zockerlauncher. Weiter geht's in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, auch wenn das hier sehr zäh ist. Und dann greifen wir noch ein bisschen an und klauen hier noch ein paar Ressourcen, einfach um selber schneller zu werden in diesem Sinn. Haut rein, ciao. aaaaah. Daaa. Ja.